Musik Tja, immer wenn ich an die Corona-Pandemie denke, schaue ich in den Mond und frage mich, wozu das alles? Dann sehe ich oben links auf dem Bild den Mond von der Seite, von der wir ihn immer sehen. Also er dreht sich nie um sich selbst, er zeigt uns immer das gleiche Gesicht. Und oben rechts sehe ich alle Landeplätze der Apollo-Mondlandemissionen. Und dann frage ich mich oder sage ich mir, über all diesen Mondlandemissionen steht die gute alte Erde hoch im Zenit direkt senkrecht und wir alle hätten es sehen können, wenn wir nah genug dran gewesen wären. Und dann sehe ich die Aufnahme, wie die Apollo-Astronauten die Erde von ihrem Landeplatz aus fotografiert haben. Tja, und dann frage ich mich wieder, wozu das alles? Ach ja, und gestern habe ich meinem Enkel erzählt, die sind zum Mond geflogen und hatten einen Computer mit 73 Kilobyte Leistung. Naja, wie er geantwortet hat. Eins meiner ersten Autos in der Zeit, als die Menschen zum Mond flogen, war dieses Hochleistungsmodell vollgepropft mit Technik. Man konnte den Scheibenwischer und den Blinker immerhin schon von innen betätigen. Auch beim Telefonieren waren wir nicht mehr auf diese altmodischen schwarzen Geräte angewiesen. Wir hatten schon das ganz moderne Modell. Und wenn wir auch beim Betrachten der ersten Mondlandung ab und an an der Antenne rumfummeln mussten, damit das Bild störungsfrei ankommt, war es doch immerhin ein technischer Hochgenuss. Und gestern lese ich nun, dass Elon Musk von der NASA fast drei Milliarden Dollar bekommt, um eine Rakete zu bauen, mit der man zum Mond fliegen kann. Und wieder frage ich mich, wozu das alles? Tja, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Wir denken, dass alles seinen Sinn hat und alles nach einem gewissen Plan abläuft. Wir wollen auf unserem Zweitkanal Studio Info X in den nächsten Tagen dazu ein paar Videos machen. Denn das, was tatsächlich abläuft, liegt mir sicherlich nicht direkt auf der Hand. Und all die Theorien, die so im Netz rumgeistern, werden wohl Verschwörungstheorien bleiben oder vielleicht auch ein paar Volksfleck-Aktionen sein. In dem Zusammenhang könnt ihr euch ja auch schon mal ein paar Gedanken machen, wann ihr glaubt, dass diese Pandemie zu Ende ist. Leute, bleibt gelassen, bleibt ruhig. Es wird, es bröckelt, es bröselt. Bis dann. Habt noch einen schönen Abend. Ciao. Ciao.